Willkommen wieder zurück wir starten sofort die neue mission also scheiße das weit weg man 5 km leckt mich da brauchen wir auf jeden fall eine bessere karre oder nie wie ist der watt ich mache mir das ganz einfach und wie einfach das werdet ihr gleich sehen ja um Öhm. Ups. Wo ist denn das jetzt? Ich wollte jetzt immer den Weg dahin. Da. Da hinten. Ach nö. Ja. Und das ist schon der Rettungswagen. Ach. Ey, das ist so schwer hier Treppen hoch zu gehen in dem Spiel. Muss auf jeden Fall ein Update geben. Treppenstufen steigen verbessert. Ist er überhaupt? Ja, da ist einer. Oh, hoffentlich wieder ein Frogger. Und kein Maverick. Mavericks sind für den Arsch. Perfekt. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, links. So. So. So können wir da schön schnell und schmerzlos hin. Starten wir mal die Kiste hier. Und los geht's. Na, 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 na. Da fahr ich jetzt echt nicht hin, Mann. Da hab ich echt keinen Bock drauf. Fünf Kilometer sind mir dann auch zu viel. Warte mal. Wo ist das FBI-Gebäude? Huh. Hier. Hier sind wir eingebrochen. Oh, nur, ich kann nur, ich kann nur sagen, Logikfaktor gleich Null. Hier müsste alles zerstört sein. Oder hier vielleicht? Ja, da vielleicht schon, aber... Trotzdem. Ist ja nicht mal irgendwie ein Tag her. Wir sind ja immer noch in derselben Nacht hier, also komm. Übertreib mal nicht. Atomic Luftschiff. Kann ich auf dem Teil landen? Das kann ich. Oh, scheiße. Wenn das Teil explodiert, explodieren wir nämlich auch ganz schön mit. Lassen wir das mal lieber. So, ich glaube, da hinten ist es. Ja. Und es wird Tag. Zum Glück. So. So. Parken wir uns hier einfach mal perfekt hin. Und machen jetzt auf einen, dass wir mit dem Auto hierher gefahren sind. Don't fight. Ha. Na also. Triff dich mit Dave. Kommen wir hier rein? Ja. Was ist das hier für ein Teil eigentlich? Hier waren wir noch nie. Aber wir müssen irgendwie da hoch oder höher auf jeden Fall. Hier ist eine Treppe. Vorne sehe ich ihn doch schon. Ja. Okay. Ich weiß es. Ja. Das ist das, warum wir so großartig sind, wie du? Ja. 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 Genau. Ja. 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 steve i told you i would handle because you've handled everything so fucking well so far haven't you all right i admit things have been a little unorthodox but i'm fucking orthodox you've ruined my career agent sanchez arrest these men both of them oh whoa you fucking kidding me arrest me for what for multiple counts of every fucking crime under the fucking sun oh well then let me rephrase why why because because you don't want me to testify in court about our various business dealings right agent sanchez apprehend the suspect agent sanchez you'll do no such thing now steve we agreed to speak to michael to try and explain things to him not this this causes problems for us all okay okay then put your gun down and we'll talk after you buddy come on where's the trust you can do better than that they know or think they know that i'm the one that was behind the incident uh-huh and now you want me to clean up your mess again right before i end up at the bottom of the ocean fucking good luck with that put the weapons down time is over we've got you anti-american put your weapon down all of you put your weapon down all of you but hey you fucking rat i knew you didn't have the balls for this for the record i'm a patriot i love my country na toll fiv ist doch nicht so gut fuck you we all know you agency boys are ball deep in a plot to drive up your funding by any means necessary boys the gun down gentlemen who the fuck are they fucking merriweather what are they doing here steve put your gun down oh shit oh shit fuck 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 have i another waffe perfect oh shit fuck 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 shit mit denen oh shit man na kommt her hab ich granaten ne nur haftbomben shit deck dich sind die tot er sind tot Oh, jetzt muss ich auch noch nachladen. So, und tschüss. Töt ihn doch. Arschloch. Oh, was geht hier ab? Na toll. Fuck, 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 der ist doch aktierend, der Idiot. Egal. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Bam. Oh, Trevor. No, 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 I'm just here for the opportunity. Now run! So, tschüss, ladies. Was lebt denn noch? Jetzt aber. So läuft das hier. Ach, hier. Ah, nein. Oh, ich drück immer aufs Handy. So. Geh nun dann den Hof. Ich tu mein Bestes. Was machst du denn? Mein Gott. So, tschüss. Michael, get down here. I thought you were the corrupt division. Corrupt? Only a little. Definitely below average. Oh, man, oh, man, oh, man, oh, man, oh, man. Scheiße. Kam ich nicht mehr schnell genug weg. Ah. Eine Schiete. Ja, okay, wir wechseln auf dich. Und diesmal wechsle ich dann zwischen Michael und so immer mal hin und her. Das bringt's auf jeden Fall. So, tell me, Davey, who are these bureau men trying to kill me? They're a corrupt division. Gone rogue or on the IAA Payroll. Und tschüss. Bam. I thought you were the corrupt division. Corrupt division. Schnell weiter. I thought you were the corrupt division. Definitely below average. This is so not cool. More, Meriwether? Are you kidding me? What happens to Haynes? I'm going to cry. But this time it works better. Come here. Come here. What are they doing at this party? You tell me. You're the one hitting their planes, trains and boats. So, ich renne jetzt einfach mal. Scheiße. Danke, wie auch immer. Ja, ich seh dich. Ich komm. Bin da. Ach, jetzt darf ich den hier beschützen. Ah, wohin? This is our shot. I'm making a run for the parking lot. Get clear and we'll talk. Holy. Oh, fuck, man. Nein. Don't attack me until you're absolutely sure you're clear. This one's mine. Good luck. Ah, man wird dem echt umgebracht. Ich komme, ich komme, ich komme. Mike, before you disappear, we need to have a conversation. So, conversate. Wie, wie, wie? Nein, 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 nein. Doch. Darf ich verschwinden? It's over. Okay. Schnell weg hier. So, wir können ja noch ein gutes Auto. Gray, another Chopper. Ah. 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 Fuck. Oh, crap. Du Idiot. Arschloch. Mein Gott. Fick dich. Oh. Moment. Hm. Wenn, dann nehme ich mir doch lieber den. Zahren wir aber lieber mal einen großen Bogen hier um das Auto. Brennt das noch? Ah, egal. So schnell weg hier. War auf jeden Fall mal ein ordentliches Gefecht. Scheiß Heli, Mann. Warum muss er auch jetzt Raketen einsetzen? Aber das Auto hier ist geil. Bin ich auch noch nie hier in GTA gefahren. Ah. Shit. Putt machen sollte man es dann vielleicht nicht. Oh, ist hier noch eine geile Kino-Kamera. Ah. Sorry. Ah, ich bin geschafft. Ja. Das war's. Ja. What are you doing smoking? Huh? Huh? No, no, no. That's bad for you. Don't you know? Huh? Yeah, well, maybe it's got a little something to do with being caught in the middle of a three-way fire fight between two government agencies and a private militia. You know, that gets me a little stressed out. okay but we still need you alive mikey boy i mean you know at least for now unless of course you have another mikey boy is suda and meaning to tell me huh that you stab me in the back or that you were and always will be a worthless wretch who deserves to be put under yeah well what the fuck did you come back for oh you know why oh no 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 one last score mm-hmm ah stimmt guess what i don't have to put a little ball in your head but if it goes bad well that's okay too because then you and i get to go to hell huh and i get to spend the rest of eternity with you tormenting you well i guess it's on then yeah i guess it is call lester let's go on speaker phone hey it's me i know how to go just fabulous ran into an old friend matter of fact you saved my ass oh we're all friends now i suppose a group hugs out of the question he wants to still go on the final victory tour all right when it looks like it's a go i'll contact you and remember this gentleman if we pull this off we will be making history sort of brave history history but history nonetheless all right there happy fucking thrilled don't forget it amigo keep my eye on you yeah whoo mieser typ ganz schön mieser typ ha bestanden kopfschüsse leck mich braucht kein schwein dankeschön kaffee ist ungesund zu viel oh fuck so ich würde sagen wir machen einfach wie immer weiter mit der mission wir fahren zu dem m wir rattern die jetzt hier noch durch was ich auch machen muss wie vielleicht manche wahrscheinlich hundertprozentig schon wissen kauf ich meine xbox in jetzt noch einer woche ne zwei wochen ne drei ich habe noch drei wochen zeit aber die anzeige steht in zwei wochen das heißt dann sollte ich eigentlich schon so aufhören deswegen muss ich die mission hier war auf jeden fall noch durch hat anwalt versprochen will ich dta fünf durchspielen spiele wie diablo 3 könnt ihr vergessen leute sorry fifa 14 wird ja wie gehabt auf der xbox one fortgesetzt halo 4 war ja sowieso und battlefield 4 kommt natürlich auch der allererste teil auf der xbox one so wir sehen uns in der nächsten mission aber erst in der nächsten folge bis dann so